Berlin will im Februar 720 Lehrer einstellen. Damit sollen vor allem frei werdende Stellen besetzt werden. Gesucht werden Lehrer für fast alle Schularten und Fächer. Derzeit laufen die Bewerbungsverfahren. Die Bewerbungsfrist endet am 27. Januar. Die Initiative Bildet Berlin fordert, noch mehr Lehrer einzustellen und spricht sich für eine ständige Vertreterreserve an den Schulen aus. Nur so könnte verhindert werden, dass Unterricht ausfällt.